So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei GTA 5. Du hast Glück, in der S läuft immer irgendwo ein Rennen. Wenn du Interesse hast, fahr zu einem Treffpunkt. How? Okay, das können wir natürlich mal machen. Was haben wir denn hier für eine Mission jetzt? Zeig doch mal her. Oh, natürlich, ich sage, dass das kleine Junge lief. Aber du weißt, was wird ein bisschen viel passieren. Ich habe keine Ahnung, wie du kämpfst. Natürlich, ich kämpfst. Ich bin eine Frau. Das ist nicht die Wahrheit. Aber, Frau? Ich habe alles getan, was ich kann. Aber du weißt, wie die Junge sind? Moment mal. Oh, Frau. Hey, wie viel weiter? Wir haben noch nicht noch fünf Meter. Ich weiß, ich werde nur die Frage. Das ist Spirits walken, Exzercise body and soul. Es ist all the rage. Wir sind Frauen, wir sind frei. Wir sind diechildrechte. Wir sind Frauen, wir sind die cinco. Wir sind die C-Ginni, wir sind die C-Ginni, wir sind die C-Ginni, wir sind die C-Ginni. Wir sind die C-Ginni, wir sind die C-Ginni, wir sind die C-Ginni. Wir sind die C-Ginni. Oh, Gott, das ist auch niemand. Du bist es? Ja, genauer Gott, dass du bist du dummuf hast? Ich bin dieser C-Ginni. Ich bin du schütznde deinem vom Schatten, das ist 착andschthalt. Oh man oh man. Hey das ist der Chop. Das O.G. von Baller. Graben, ich sagte nicht mehr, es gab keine Gangebange, Retrovengeist. Ich versuche etwas Pfehlungs-Bepersäuner. Du machst etwas Pfehlungs-Bepersäuner, Lope, und kein Werker hier Gangebange. Es sieht einfach so aus. Du musst wissen die Unterschiede. Vielen Dank, Mann, mein Juni wäre sehr froh, homie. Sie wollen mich tot, um die zu Hause zu machen. Du hast den Wien, homie. Geh in die Van, Chop. Geh in die Van. Good dog. We're going to Vinewood Boulevard. Okay, Vinewood Boulevard. Hey, I like your dog, homie. Me and Chop got a lot in comp. Your annoying ass. Man, I'm carrying both of y'all asses, homie. Look what I set up. Hey, why we doing this, dawg? Man, cuz, we supplementing our income. More like supplementing the drama in our lives. Is that fool Simeon looking out for us, or is he looking out for hisself? Shit, hisself, I guess. So how a couple of gutter-ass fools like us get ahead? By getting serious. Exactly. We two highly motivated, results-driven motherfuckers with an entrepreneurial... Oh, yeah, yeah. Highly motivated self-starters, huh? In the kidnapping sector. Yeah, starting big. But it always go wrong, don't it? All your schemes for years. They don't go right. But I wouldn't say that they go wrong all the time neither. Not as wrong as they could. I ain't dead. But I ain't rich neither. How does 40.000 sound? Cause that's what's happening right here. Man, I'll believe you when I'm holding. Three-way split, homie. Me, you and Chop. Man, Chop don't get shit. Chop or intern. You hear that Chop? Little Craig Trunt has killed you. phone number one. Tôi ngak. Muss jetzt. Ich muss mich immer richtig hinsetzen, so. Wir sind dann gleich da. Ich bin fertig. Wir waren da, okay. Ja. ja jetzt aber schnell hier in dem lieferwagen natürlich hinterm motorrad ja den kriegen wir da bin ich fest von überzeugt wenn dieses auto nicht schwerer so jetzt haben wir es wieder das auto bitte das auto das auto nicht das auto bleibt nicht stehen das ist Kann ich doch das mal Toga nehmen? Das Motorrad? Natürlich nicht. Das wäre ja alles so einfach. Ähm. Oh. Wo läuft der Typ hin, Alter? Ich glaube, der Hund ist irgendwie zu fett. Eventuell. Ähm. Okay. Ist der hier drin? Ich habe deinen Scheiß. Hallo. Dö. Kann ich eigentlich nur zu Job wechseln? Okay. Okay. Oh Gott, ich kenne die Szene. Was ich immer mal machen wollte. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt hat er ihn. Boah. All right. Oh Gott. Dann. Get over here. Oh shit. What the fuck man. I ain't got no beep with the CGF. Because maybe we doing our own thing. What the fuck man. What the fuck is the fan Buck. Shit. Hey Lemore Davis. Is that you nigga. Nigga shut the fuck up. Just get here. Yeah, that's you nigga. Fuck you idiot. I said I had no beep man. Shut the fuck up. Hey man. What the fuck. Get this fucking dog away from me. Come on. Fuck. Hey, if you don't train chop, you're gonna be lost cause like you dog. We're gonna stash this dude at my spot We going back to your crib I've been there when you was in diapers shut up man you ain't recognize me I knew it was you before you took that flag off. You always been dumb, Lamar. Really? Well, I guess that means we gonna have to shoot your ass when we pick up our 40 stacks. You ain't gonna pick up shit. Fans gonna be on you before you can't even move nigga. Be quiet, I gotta make a call. Hey, you get a lot of time on us with this dude. I'm full idiot. I'm full idiot. I'm full idiot. Wie lang? So. Dürfen wir sie doch eigentlich loswerden. Kommen die hier hinter? Ja, natürlich kommen die hier hinter. Ja, bei zwei Stunden sind die ja schon mal ein bisschen aggressiver. Alter, wie aggressiv die sind. Wie aggressiv die sind, Alter. Ja, um Gottes Willen. So. We got some water. You calling them on the cell phone, you dumb motherfucker. They gonna trace this shit in a second. We want 40.000 is pay me or pay the funeral director, motherfucker. What the fuck you done done? You just gave them our location. Now we gotta let this motherfucker out of here. Get the fuck out of here. And nigga, give me that damn phone. What the fuck? Fuck you all. I'll be seeing you all soon. The only reason you've been seeing shit cause we went easy on your ass. Remember that dog? Huch. This is bullshit. Take me down the cut. Können wir ihn nicht einfach überfahren? Biss... Biss schon ungescheitert, oder? Man, what the fuck is wrong with you nigga? Nö, doch nicht. What the fuck is wrong with you nigga? That was a good phone. A good phone? A good phone? The cops was all over nigga. I could have swallowed my card, trying to triangulate that. It's too late, shit's done. Least I saved you the indignantly of pulling apart your shit. Alright motherfucker. You the motherfucker. You better watch out for them ballers, they gonna be on you now. Them cops gonna be on your ass too. Yeah, I ain't worried about it. I'm a motherfucking gangster, you know how I do. I can take care of my sizzle. No the fuck you kids ain't. Tja, der Lama. Bestanden. Chop. Okay. Tja, Lama. Also ich weiß nicht so recht, was ich von ihm halten soll. Er ist so'n, so'n... Tja, so'n Möchtegern-Gangster. Der aber eigentlich nichts auf die Reihe bekommt. Und... Nun ja. Wir können in dieser Folge noch zu Simeon fahren. Weil das ist unsere nächste Mission. Und... Ach, das ist sie ja schon. Ja, und dann würde ich sagen, die Folge ist auch gleich wieder vorbei. Ich, ähm, bedanke mich für das Zusehen. Und ja, schaut doch beim nächsten, bei den anderen Projekten mit rein. GTA Online und so weiter läuft nebenher auch. Und, äh, bis dahin.